Hallo, ich bin Thorsten in einem Pro-Shop, bin hier gerade zufällig auf der Herbertstraße in Hamburg, an der Herbertstraße, nicht auf, und da kommt der Gedanke zum Thema Cholesterin. Cholesterin ist wichtig für alle Zellen im Körper, für das Gehirn und auch für die Sexualhormone. Absolut notwendig, für alle Steroidhormone. Es gibt über 16.000 Studien zum Thema Cholesterin, Fett, tierisches Fett und Herzinfarkte. Wissenschaftler haben die unter die Lupe genommen, haben das Studiendesign untersucht. Es blieben 27 Studien übrig, die ein aussagekräftiges, korrektes Studiendesign gehabt haben. Von diesen 27 Studien haben 26 Studien gesagt, dass es keine Korrelation gibt zwischen tierischem Fett, Cholesterin und Herzinfarkten. Eine Studie hat diese Korrelation festgestellt, und das war eine Studie, die von der Soja-Industrie finanziert, gesponsert wurde. Wahnsinn. Also eine Studie von 16.000, und die wurde finanziert von der Soja-Industrie. RACHELMUS Untertitelung des ZDF, 2020